Wir mit Continental werden auf der Hannover Messe in zwei Hallen präsent sein. Auf der einen Seite zeigen wir unsere Materialkompetenz und stellen aus, was wir mit unseren Wertschaffungspartner präsentieren können. Auf der anderen Seite stellen wir neue Produkte her. Unser Highlight wird dieses Jahr der Polyrog sein, ein Antriebsriemen speziell für Aufzüge, der etwas leichter ist, weil er aus Polyurethanbeschichtung besteht, dadurch die Stahlseile ablöst und einfach wartungsärmer ist. Er wird auch mittlerweile schon in einigen Aufzügen eingesetzt und wir freuen uns auf ganz viele internationale und nationale Kontakte und ganz viel Austausch in der Industrie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017